Ich bin angekommen und habe am Eingang ja gleich mit Namen begrüßt, wo ich gedacht habe, oh, habe ich jetzt hier irgendwo ein Namensschild und Hygiene, sofort an der Tür, gleich Schuhe an, nochmal die Hände waschen, auch wenn man sauber ist und dann hier drin alles so sauber und so nett und jeder bringt einen von A nach B und alle sind super, super freundlich und Denta Prime Mitarbeiter sind für mich sehr, sehr empathisch. Also man wird geführt und man wird, sobald man ein bisschen ernst guckt oder verloren in irgendeinem Raum, wird einem sofort gleich geholfen, kann ich Ihnen helfen, brauchen Sie irgendwas und sehr, 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 sehr freundlich. Also ich bin begeistert gewesen, das kennt man gar nicht in Deutschland.